Ich hab bis jetzt nur Wacko Rapper gesehen Und ein paar Sachen kann ich echt nicht verstehen Warum nennt sich Oliver Felix und Skylab mit dem Bild Alter Reudi, da geht's nicht Spaß! Ich ficke euer Leben Für meine Skills würd ich die Hand ins Feuer lege Felix LP Kanal ist hier echt krasser Shit Dammit glaub man ihm das sehr real am Hustlen ist